Sandro, Zurckirche, turbulent bis zum Schluss. Was sagt man nach so einem Match? Ja, ich glaube, heute haben wir recht viel Glück auch beansprucht, aber wir haben sehr aufopfernd gespielt, vor allem am Ende 2. Drittel. Ich weiss nicht, wie viele Blockstatt hatten, dass wir mit dem 0-0 in die Pause gehen können. Das war sicher key im 2. Drittel. Und am letzten Drittel haben wir das Gefühl, dass es wieder ausgeglichener war. Wir konnten das Spiel wieder mehr kontrollieren und ruhig behalten. Es war nicht so ein Run-and-Gun-Game wie Ende 2. Am Schluss sind wir sicher der glückliche Sieger heute. Am Schluss hat es Glück gebraucht, weil Lausanne mit der Sirene noch das Goal geschossen hat. Er hat ein paar Sekunden vorher das 1-0 gemacht. Wie hat er die letzte Minute erlebt? Relativ ruhig. Wir haben wenig zu lassen. Wir waren sehr aggressiv zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, wir haben am Schluss clever runtergezählt. Also, ihr habt nicht mehr gemerkt, dass es am Schluss noch knapp war? Ja, ich habe gewusst, es dauert nur zwei Sekunden, als der Pass innen kommt. Da habe ich gewusst, ich muss sie einfach abwehren, dass sie nicht direkt reingeht. Das ist mir gelungen. Und ja, am Schluss gehen wir mit drei Punkten nach Hause. Danke, sehr基本. Vielen Dank. Vielen Dank.